Shalom und herzlich willkommen zum wöchentlichen Newsletter von Donnerstag, dem 06.06.2024 von Amir Zafati. Shalom. Es war wunderbar zu sehen, wie die Straßen Jerusalems mit israelischen Fahnen geschmückt waren, als wir gestern den Jerusalem-Tag begangen haben. Der Nationalfeiertag geht auf das Ereignis des Sechs-Tage-Kriegs von 1967 zurück, als Israel nach dem Sieg über die ägyptischen, jordanischen und syrischen Streitkräfte die Stadt Jerusalem wiedererlangte. Damals haben wir nicht nur Jerusalem wiedervereinigt, sondern auch die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, Judäa und Samaria, das Westjordanland, und die Kolanhöhen unter unsere Kontrolle gebracht. Obwohl sich seitdem so viel verändert hat, vollbringt unser Gott Wunder und seine Pläne haben Bestand. Junge Israelis, die den ganzen Tag auf dem Tempelberg beten, tanzen und ihre Fahnen schwenken, haben mich wieder einmal daran erinnert, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Es rührte mich zu Tränen, als ich sah, wie tausende von Israelis an der Klagemauer tanzten und laut einen Psalm sangen. Psalm 28, Vers 9 Rette dein Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Von der beinahe Vernichtung im Holocaust bis zum Verbleib im Land unserer Vorväter bleiben Gottes Weisungen unangetastet. Ja, wir sind eine Nation, die sich derzeit in politischen und geopolitischen Turbulenzen befindet. Ja, wir haben es mit inneren und äußeren Bedrohungen zu tun. Ja, der größte Teil der Nation ist nach wie vor geistlich blind. Ähnlich wie damals, als Gott seinen Bund mit Abraham einging und als der Herr durch den Propheten Hesekiel versprach, sein Volk in das Land zurückzubringen, war dies nicht von unserer Treue oder Gerechtigkeit abhängig, sondern von seinem heiligen Namen. Hesekiel 36, 22-24 Darum spricht zu dem Haus Israel. So spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Ja, die Dinge sind im Moment sowohl physisch als auch geistlich chaotisch. Nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Aber ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich auf den Tag freue, an dem ich Zeuge dessen sein werde, was Gott durch Hesekiel als nächstes verheißen hat. Hesekiel 36, Verse 25-27 Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Zuerst kam die physische Wiederherstellung. Oh, wie sehr erwarte ich die geistige Wiederherstellung meines Volkes. Ja, wir zerstören die Hamas in Gaza. Ja, wir sind dabei, die Hisbollah im Libanon zu schlagen. Ja, der Terror aus dem Westjordanland sowie aus Syrien, Irak, Iran und Jemen wird weitergehen. Als israelischer Jude, der ein Anhänger des Messias ist und fest an die Worte der Propheten glaubt, bin ich oft hin- und hergerissen zwischen dem Willen, meine Meinung über den aktuellen Krieg zu äußern und der Notwendigkeit, ruhig zu bleiben und die Dinge aus einer biblischen und viel umfassenderen Perspektive zu betrachten. Nach dem Propheten Hesekiel wird sich der kommende große Krieg nicht gegen den Iran und seine Stellvertreter richten, sondern gegen den Iran und seine Verbündeten. Der Iran wird sich einer von Russland angeführten Koalition anschließen. Dieser künftige große Krieg wird Israel überraschen, das sich sicher und geschützt fühlen wird, jedoch mit Verbündeten, die außer harten Worten des Protests keine Hilfe leisten werden. Aber Gott, der Herr, der Hüter Israels, wird eingreifen und Israel auf übernatürliche Weise helfen. Er wird die Feinde Israels auf den Bergen Israels besiegen. Während die Welt mit großem Staunen und ehrfürchtig zusehen wird. Wenn ihr das hört, sagt mir, auf welcher Seite steht ihr lieber? Ich möchte euch daran erinnern, dass der beste Weg, über die aktuellen Ereignisse in Israel und der Region auf dem Laufenden zu bleiben, darin besteht, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Dieser englischsprachige Kanal ist unter dem Video zu finden und mithilfe der Übersetzungsfunktion, die aktivierbar ist, auch für Nicht-Englischsprachler verwendbar. Dort erhaltet ihr meine neuesten Nachrichten in Echtzeit. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, um aktuelle Nachrichten in Form von Storys zu erhalten. Der Nahe Osten Hezbollah Während die Lage mit der Hezbollah weiter eskaliert, hat die vom Iran finanzierte Terror-Stellvertretung, die mächtigste in der Region, am Freitag drei große Raketen auf Nordisrael abgefeuert, die schließlich ihre Ziele trafen. Die israelischen Piranit-Baracken wurden schwer beschädigt. Es wurde jedoch kein Opfer vermeldet. Auf der anderen Seite führen die israelischen Streitkräfte weiterhin gezielt Angriffe auf Hezbollah-Aktivisten im Libanon durch, sogar auf Krankenwagen, die Waffen und Terroristen transportieren. Und wir sind nicht nur im Libanon aktiv, sondern auch in Syrien. Dennoch kommen die Raketen weiterhin von jenseits unserer Nordgrenze und unsere Angriffe in verschiedenen Teilen des Libanon gehen weiter. Einer der Brennpunkte der jüngsten Angriffe der Hezbollah in Israel ist unsere nördliche Stadt Kiryat-Schmona, wo wir einige unserer Streitkräfte stationiert haben. Es ist der Hezbollah auch gelungen, im libanesischen Luftraum operierende israelische Drohnen abzuschießen. Leider gab es in der israelischen Stadt Ur-Fesh bei einem gezielten Drohnen- und Raketenangriff auf einen Spielplatz zwei Tote und mehrere Verletzte. Darüber hinaus brachte der Mai 325 Angriffe der Hezbollah die höchste Zahl in einem Monat seit Beginn unseres Krieges mit der Hamas. Die Hezbollah hat eine neue Front in Form von Waldbränden eröffnet. In der gesamten Nordregion Israels kam es zu mehreren schweren Bränden, nachdem die Hezbollah-Raketen auf offene Felder abgefeuert hatte, wohlwissend, welche Auswirkungen dies angesichts der derzeitigen Hitzewelle haben würde. Weite Teile Nordisraels standen schnell in Flammen. Vor einigen Tagen wurde der Notstand ausgerufen, doch die von den Bränden betroffene Bevölkerung erhielt lange Zeit kaum oder gar keine Hilfe. Nun hat der Libanon selbst mit Bränden zu kämpfen. Die Strategie der Hezbollah ist der Zermürbungskrieg, das heißt die langsame psychische und physische Zermürbung des Gegners durch verhältnismäßig kleine Angriffe. Diese Taktik und die bisherigen Ereignisse haben Israelis dazu veranlasst, ein Eingreifen zu fordern. Wie ich in der vergangenen Woche mehrfach gesagt habe, steht ein offizieller Krieg mit der Hezbollah unmittelbar bevor, denn unser Sicherheitskabinett hat sich in der vergangenen Woche mehrfach mit diesem Thema befasst. Ein Teil des Entscheidungsprozesses, einen Krieg zu beginnen, besteht darin, sicherzustellen, dass man den Feind überraschen kann. Denn der erste Überraschungseingriff wird den größten Schaden anrichten und die Fähigkeit des Feindes zerstören. Es gibt also zwei Gründe, warum Israel noch keinen Krieg gegen seinen Feind im Norden begonnen hat. Erstens, wir lassen unsere Brigaden im Gazastreifen die Arbeit machen und zweitens, wir bereiten uns auf den richtigen Zeitpunkt für einen Angriff vor. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird die Hezbollah das zu spüren bekommen. Die Hezbollah hat sogar erklärt, dass sie ihre Angriffe in Erwartung des bevorstehenden Krieges intensiviert hat. Ich habe in letzter Zeit über etwas nachgedacht. Je stärker die Angriffe auf Israel sind, desto größer sind Gottes Pläne für uns. Hamas Die israelischen Streitkräfte operieren weiterhin im Herzen von Rafa. Bis jetzt haben unsere Truppen mindestens 84 Tunnel entdeckt, die von Rafa auf die ägyptische Sinai-Halbinsel führen. Wir untersuchen weiterhin, ob lebende Geiseln oder die Leichen der Opfer vom 7. Oktober durch diese Tunnel geschmuggelt wurden. Darüber hinaus führen die IDF weiterhin Operationen im Philadelphia-Korridor zwischen Rafa und Ägypten durch, einschließlich der Zerstörung von Terrortunneln. Die IDF finden weiterhin Leichen von Opfern des 7. Oktober in Rafa. Was unsere Truppen in Jabalia betrifft, so hat die 98. IDF-Division nach der Eliminierung von etwa 500 Terroristen in diesem Gebiet ihre Operation abgeschlossen, den Gazastreifen verlassen und bereitet sich auf ihren nächsten Einsatz vor. Wir haben immer noch etwa 16.000 Soldaten, die aktiv im Gazastreifen dienen. Während die Welt weiterhin Völkermord schreit, war die IDF damit beschäftigt, im nördlichen Gazastreifen Flugblätter zu verteilen, in denen die Zivilbevölkerung aufgefordert wurde, die Sicherheitszone zu verlassen. Darüber hinaus hat Israel vor dem Angriff, der am Mittwochabend im Libanon stattfand, per SMS eine Evakuierungsaufforderung an die Bewohner des Gebiets Badi Jilu geschickt. Die Houthis Die Houthis behaupteten, als Reaktion auf die gemeinsamen US-Angriffe im Jemen, einen kombinierten Raketenangriff auf den amerikanischen Flugzeugträger Dwight Eisenhower im Roten Meer durchgeführt zu haben. Tage später wiederholten sie diese Behauptung. Internationale Gemeinschaft Die globale Heuchelei macht keine Pause. Nachdem sich das fortschrittliche, pro-palästinensische und antisemitische spanische Außenministerium für einen palästinensischen Staat ausgesprochen hat, wird berichtet, dass es die Minister der Regierung aufgefordert hat, den Begriff Völkermord im Zusammenhang mit Gaza nicht mehr zu verwenden, aus Angst, die Bewohner des Gazastreifens könnten in Spanien politisches Asyl suchen. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Die spanische Regierung, herzlichen Glückwunsch, hat nach ihrer Anerkennung eines palästinensischen Staates in der vergangenen Woche erklärt, dass sie eine Botschaft in Ramallah eröffnen wird. Aber jetzt streckt sie vor diesem Versprechen zurück, weil ihre Diplomaten lieber in Israel bleiben wollen, weil es dort sicherer ist und eine höhere Lebensqualität bietet. Das ist fast schon zum Lachen. Slowenien erkennt jetzt offiziell einen palästinensischen Staat an. Tumköpfe Die Schweiz hat die Anerkennung eines palästinensischen Staates abgelehnt, aus den offensichtlichen Gründen, aus denen jedes Land einen palästinensischen Staat ablehnen sollte. Sie wollen keinen Iran 2.0. Die Vereinigten Staaten Um die Situation noch zu verschlimmern, hielt der amerikanische Präsident am vergangenen Freitag eine beschämende Rede, die den völligen Mangel an Kompetenz der Regierung in Bezug auf Israel, die Hamas und unseren Kampf ums Überleben als Nation, offenbarte. Biden stellte einen Friedensplan für Gaza vor, in dem Israel sich zurückzieht und die Hamas auf unbestimmte Zeit die Kontrolle über Gaza behält. Wie ich bereits sagte, würde Israels Regierung über Nacht zusammenbrechen, wenn ein solches Abkommen angenommen werden sollte. Außerdem sind die israelischen Geiseln das einzige Druckmittel der Hamas. Diese Terroristen wissen genau, dass Israel in dem Moment, in dem alle Geiseln freigelassen werden, die Sache zu Ende bringen und die Hamas total vernichten kann. Letztlich übt Bidens Plan den gesamten Druck auf die israelische Regierung aus. Wenn Terroristen wie die Hamas den Plan unterstützen, weiß man, dass man einen schrecklichen Plan hat. Glücklicherweise haben die jüngsten Erklärungen der israelischen Regierung sehr deutlich gemacht, dass sich Israels Bedingungen für ein Ende des Krieges nicht geändert haben. Die Hamas wird untergehen. Der Dienst Vor ein paar Tagen haben wir zusammen mit meinen lieben Freunden Sarah und Steve Berger unseren allerersten Connect-Podcast aufgenommen. Ich freue mich darauf, ihn bald mit euch zu teilen. Die Bibel sagt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Wer ist der, der zurückhält? Wann wird er entfernt werden? Warum hält er zurück? Wie wird er beseitigt werden? Schaltet ein zu meiner Lehre, der, der zurückhält, erstmals in der englischen Originalversion The Restrainer, um zu erfahren, was die Bibel über den Zurückhalter in der heutigen Welt und seine Rolle in der Zukunft sagt. Werdet nicht müde. In den letzten acht Monaten hatte ich viele Down-Momente, in denen ich mich niedergeschlagen und hilflos fühlte, angesichts der massiven, geistlichen Verblendung und Gehirnwäsche, die der Fürst dieser Welt den leichtgläubigen Massen antut. Die folgenden Verse haben mein Geist erfrischt und meine Seele gestärkt. Galater 6, Verse 7-10 Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an der Familie Gottes und seinen Kindern. In Erwartung seiner Rückkehr, Amir Zafati Lehrreiche und spannende Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet und einige Links sind auf Englisch im schriftlichen Newsletter in der Videobeschreibung unter mehr abrufbar, direkt unter dem Videotitel.